Mit der Mauder Foundation, Maudi Schurin, möchte ich herzlich alle sehr geehrten Gäste begrüßen. Wir sind hoch erfreut, dass wir mit diesem historischen Ereignis verbunden sind. Ich kann mich noch erinnern an Kristallnacht 19. November 1938 als kleines Kind. Das war das Kennzeichen für das Ende einer prachtigen tausendjährigen Periode der jüdischen Geschichte in Deutschland. Wer hätte sich vorstellen können damals, dass 70 Jahre später eine Wiederbelegung stattfinden wird? Damals hat man leider die heiligen Tora Rollen vandalisiert und zu treten mit großem Eifer und Verachtung. Heute aber feiert die deutsche Gesellschaft, nicht jüdische Gesellschaft, zusammen mit dem jüdischen Volk. Hier in Brandenburg, wo schon im vierten Jahrhundert eine jüdische Gemeinde existiert hat, feiern wir heute die Einweihung einer Tora Rollen. Das ist das Symbol dafür, dass das Judentum ewig existieren wird. Wir haben vor einer Stunde in einer sehr ruhigen Ceremonie teilgenommen. Einen besonderen, herzlichen Dank unserem großzügigen Umstädter Jonathan Spielmann aus New York für seinen wunderbarer Geschenk zu der Gemeinde Brandenburg. Das ist wirklich etwas enormes, das Symbol einer sehr verehrten Tora, so etwas kostbar gegeben zu dieser Gehelle, dieser Gemeinde. Es ist eine sehr gute Zeit, die ich wünschen, herzlichen Masentor, für Herr und Frau Spielmann, für die Barmixverdiener Sonnen. Ich würde sagen, in Englisch, wir sind glücklich mit dem wunderbaren GIFT, das Sie haben sich für die Brandenburg-Kommunie gegeben gegeben. Es ist etwas, das ist etwas, das wird für Sie, für Sie, für diese Kindheit. Und wie Sie selbst gesagt haben, das wird, das wird, das wird, das wird, das wird, das beginnt, für eine neue Jahre für die Brandenburg-Kommunie. Vielen Dank. I am sure you will live up to the expectations of your family. May you grow up to be a worthy ambassador of the Jewish nation. Vielen Dank. Und hier wird von der Jüdisch Kommander Brandenburg. Mazel Tov. All right.